Das Um und Auf ist die Liebe zum Beruf. Leute sagen natürlich, die ist verrückt und ich kann immer nur sagen, ich mache es aus Freude. Sonst würde ich es nicht machen. Ich heiße Ingeborg Entringer, geborene Nipp. Wir sind da in meinem Fotogeschäft. Das habe ich jetzt mit 83 Jahren übernommen. Mein Sohn, der wollte unbedingt in Pension gehen und ich bin jetzt wieder die vierte Generation. Ich halte mein Fotogeschäft offen von neun bis zwölf und 15 bis 18 Uhr. Und so kann man kommen, um Passbilder machen zu lassen oder Bewerbungsfotos, Familienfotos. Wenn man gewohnt ist, ein Leben lang zu arbeiten und dann kommt der Tag, jetzt sollst du oben bleiben und nicht mehr ins Geschäft gehen, dann habe ich auch die Bedenken, dass ich dann meinen guten Humor verliere. Ich habe Freude. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich gesund ins Geschäft gehen kann. Das finde ich, ist einfach wunderbar. Deswegen bin ich auch glücklich.